Ich weiß genau, was zählt. Ich habe diesen Weg ja selbst gewählt. Wir werden hoffentlich das Richtige tun. Denn uns hat keine Zeit um uns zu ruhen. Es war mein Traum von... Was geht ab? Oh mein Gott, wir sind alle drei Teams, man. Blau, Rot, Gelb, man. Bist du Gelb? Ja. Oh mein Gott. Was geht ab, Ron? Kein Kommentar mit. Wieso kein Kommentar, Alter? Alter, verpiss dich, Alter. Den hast du nicht gepest. Ich weiß, der ist endzweit weggemacht. Der ist endscheiße zu fangen, Mann. Okay, tut doch. Fehlinformationen von Dimi, Mann. Fehlinformationen. Oh mein Gott, Mann. Echt jetzt? Es war kein Fehlinformationen. Ich habe gesagt, das war die letzten zwei Male so. Heute kann es so kommen. Ich habe nicht gesagt, es kommt unter Pro, Mann. Ey, das habe ich schon so verstanden. Oh mein Gott, Mann. Was ist die Zeitspanne? Nochmal bitte? In welcher Zeitspanne soll der kommen? 15 Uhr. Waren die letzten Male. Wurde mir so gesagt. Schon 15 Uhr zwei. Ich weiß. Oh mein Gott. Echt Fehlinformationen. Aber es ist, ich habe erfahren von den anderen, es ist bis jetzt noch nichts Gutes gespawnt. Das heißt, es kann heute noch was kommen. Was hast du erfahren? Einmal am Tag kommt eigentlich immer was Gutes hier. Ich brauche Trattini, Mann. Das werdet ihr heute erfahren in der zweiten Folge von unserem Abenteuer. Ja, das ist richtig, Tati. Die zweite Folge. Pokémon, Joto. Oh mein Gott. Ich bin tot. Das fange ich nicht, Mann. Ich habe nicht so viele Pokébälle verschwenden. Der schaut so, als würde er so nah sein, aber der ist weit weg. Der ist nicht. Aber das ist der Hohnsohn. Für den verschwende ich immer viele Bälle, oder? Ey, das gibt's. Ich komme da gar nicht mal hin. Oh mein Gott. Ey, schaut mal, wie ich es mache. Dann könntest du gleich mal ein Tutorial sehen, wie man Curveball wirft. Erstmal eine Himibäde. Ja, jetzt habe ich ihn, oder? Hier. Laber nicht. Komm, wirf, komm. Wirf. Dann für Zubat kriegt sogar einen Hyperball von mir. Das ist ein Goalbot. Äh, Goalbot, meine ich ja. Schau, er wird jetzt einmal angreifen. Ich warte, bis er einmal angegriffen hat. Und das war jetzt. Und dann... Oh mein Gott. Direkt auf Kamera. Oh mein Gott. Hättest du lieber meins gemacht, oder? So geht das mal. Da, der war drin. Und, bleibt er? Oh mein Gott. Egal, probieren wir es mit der Superball. Superwurf, großartig. Eins. Okay. Okay, das ist ganz zu dumm, oder? Okay, das wäre echt zu dumm, oder? Das wäre echt zu dumm, oder? Oh mein Gott, er ist weggelaufen. Okay, was hat jetzt nicht fliehen, oder? Nicht das Broke, was fliegt mir fliehen, oder? Aber echt, ey. Goldbart zu fangen in Enzbehindert. Den Goldbart echt scheiße, oder? Noch dazu, ich könnte eigentlich, äh, glaub ich 10 machen, oder so. Okay, 10 kann ich nicht machen. Oh, ein Quarz, ey. So. Alter, irgendwie heute, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich habe heute meine 5km ausgedrückt. Ich muss später noch ladeln, oder? So. Ja, irgendwo so ist's. Wir brauchen den Lärm. Können wir mal loszumachen? Wer hat hierhin geholfen? Er müssen wir sofort zum Tippot raufeln. Erklär mal bitte der Kamera, wo Toto geht. Es ist halt öfter um 15 Uhr gekommen, was soll ich euch sagen, mehr weiß ich auch nicht. Zweimal an dem Mittwoch. Musst du sein Akani dann oder machst du ein neues? Ich mach jetzt ein zweites. Ich brauche ein Bonbon, dann kann ich ein zweites machen und dann frage ich mal, was der für Attacke macht. Der andere hat einfach 90%, oder? Wir haben uns gelöst, aber auf 4.1. Ja. Sein Akani hat 91% und Feuerzahn und Feuerstuhl. 1,89. Aber krasse Attacke. Welche? Feuerzahn und Feuerstuhl. Bestes Setup. Oh mein Gott, das ist immer hier. Jetzt hocken wir hier und wir können das vierte Ding nicht anmachen, oder? Geht's nicht? Nein, bei mir geht das vierte, das geht ja nicht. Bei mir geht's schon. Bei mir schon. Ja, weil du ein bisschen breiter bist. Achso, das hat 11 Uhr damit zu tun, Mann. Doch, du hast ja nicht mehr. Okay, bei mir geht das echt nicht, Mann. Das ist keine Scheiße, oder? Das ist wie eine Ruf, wenn ein Toter kommt, ja? Schnell kommt. Du von kein Scheiß weg, Mann. Boah, Mann hat dein Maul. Ich finde, ein paar Rehen müssten noch her. Die sind echt alle sehr weit auseinander. Die wollen halt schon, dass du da auch mal irgendwo hinfährst, und so. Echt, Mann. Dein Zimmer verlässt nur so. Scheiße, das brauchst du doch nicht, Mann. Ich mach das schon. Und mein Zimmer zu krass war. Da brauchst du gar nicht mal rausgehen, Mann. Perfekt zu Lapras im Zimmer, Mann. Hast du es gefangen? Ja. Wie ist es krass, oder nicht? Jetzt schon. Ich hab schon ein krassiges Lapras gehabt. Echt jetzt? Oh mein Gott. Siehst du ihn in Folge 1? Oh mein Gott. Vielleicht schiffen wir zwei, fünf Kilometer Eier. Nur noch 100 Meter. Wir können dann gleich filmen, wie viel Glück ich wieder haben werde. Ideal wären zwei Vulcanos. Die kriegst du nicht, oder? Das Ding wär auch krass. Obai wär auch krass. Obai wär auch krass, wenn er rauskommt. Obai wär auch krass, ja. Was denn? Echt jetzt? Ja, Mann. Schau mal, was rauskommt. Okay, Passshot. Oh mein Gott, Mann. Wollte Ball tot. Shoutout an den Afghanen. Wie gelachst du jetzt? 40. Passshot. Ein Pokémon-Suit ist so ziemlich geil. Kann man auch schon einen machen jetzt, ja? Das ist für den Afghanen, Mann. Kannst du schon Wolek dabei machen? Ja, ja. Sein neuestes Deckbefall auf unserem anderen Channel zu sehen. Shoutout vorbei. Krasse Kombos. Zwei Karten, drei Quasar. Zwei Karten, drei Quasar. Zwei Karten, drei Quasar. Ja, aber es kommt natürlich nicht drauf an, was er nachzieht. Aber mit zwei Karten sind jetzt eher die Combo, oder? Die Combo-Mombo, oder? Und Nick war dagegen kassiert, Mann. Echt jetzt? Ja, auch bei LLDS war er kaputt gelacht. Ich glaube, er soll werden. Okay, bei meinem vierten Superball reicht ja auch, Alter. Aber Monita ist gefangen. Wie viel habe ich denn eigentlich? Ich bin 35. Alter, 40 Bonbons habe ich schon, Alter. 45. Oh mein Gott, Mann. Ja, das ist echt cool. Ich will auch mal so werden. Ja, ich weiß, Alter. Ja, aber du kannst es gleich wegschicken. Wieso? Weil es scheiße ist. Ja, bei dir vielleicht, Alter. Das ist bei dir dann auch scheiße, oder? Ich weiß, Alter. Alle haben das Gleiche gefangen. Ich wollte nur ein bisschen aufziehen jetzt. Ich bin bei LLV27. Ja, aber die Alps sind trotzdem gleich. Ja, ich weiß schon. Na ja, weißt du nicht. Natürlich weiß ich das, Mann. Vielleicht hat er gute... Oh, Alter, wenn der krasse AV hat, dann kann ich endlich mal einen krassen Radar losmachen. Aber der wird nicht besser als mein 180er sein, Mann. Ja, du bist so toll, Dini. Ich will zu den wie du, Alter. Willst du echt? Gut. Der schaut die AVs gleich nach. Nein, das mache ich zu Hause. So ein Flott, guck doch jetzt nach. Da ich schaue, Mann. Der schaut, du, der kann dich auch machen, Alter. Dein Kappa, du hast uns gesagt. Dein gutes Pokémon. Sein bester hat ein KP. Ja, es ist tot, Alter. Du kannst es wegschmeißen. Du kannst es wegschmeißen. Wie dein Vektaki, Mann. Wie Cosmo. Weg damit. Komm, spielen wir. Ja, spielen wir. Komm her. Das bestöre ich erste Runde, Mann. Ja, genau. Warten wir eigentlich jetzt immer noch auf den Totak, oder? Wo ist deine sichere Quelle, wo das Totaki kommt? Ja. Also einmal ist es da vorne am Ostbau noch gekommen. Jetzt gerade, oder? Sehr gut. Da vorne am Ostbau ein bisschen kommen, aber wir stehen hier, weißt du. Was ich dir? Echt gute Quelle hast du, Alter. Ich hoffe, du zahlst dir der Quelle nix, Mann. Also es ist ein Fakt, dass es hier schon mindestens drei, vier Mal gekommen ist. Bei mir sogar vor meiner Haustür kam auch schon mal ein Totak. Komm nicht mal zu mir jetzt. Komm. Was haben wir hier? Trattini, oder? Trattini, oder? Du hast uns rufen wegen drei Cabis, oder wie? Nein. Ist Trattini da? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ich hab dir nackten schon. Ja, keine Ahnung. Dann ist es vielleicht Fiesbond. Bei mir ist es keins, Mann. Und dann startet noch mal neu kurz. Also war eins da, aber kein gutes. Aber egal, Bonbons. Ich brauch die Bonbons. Das laberst du, Mann. Hier ist nur ein Cab, oder? Ja, gleich, Mann. Hier hängen sie schon weg. Ja, genau. So schnell. Wann hast du uns gerufen, nachdem... Nachdem so... Nein, nein. Gleich nachdem ich gekommen ist, hab ich dir eine Nachricht geschickt. Wenn er hier Spawn braucht, bleibt es zweieinhalb Minuten, Alter. Aber wir haben keine zweieinhalb Minuten gebraucht, einen Kreis zu machen. Vassili, du bist schon okay. Das find ich echt gut, Alter. Ja, find ich echt gut. Nee, Vassili war eigentlich okay. Danke. Das ist schon die zweite... Die zweite Fehlinformation, Alter. Das ist ein Epi-Bastard, ey. Aber bitte ruf uns beim Tour-Talk nur zehn Minuten später an, ja? Du, vielleicht kommt er um vier, Alter. Und nicht um drei. Vielleicht war das eine Fehlinformation, so eine Stunde Verspätung, oder so? Ey, Leute, ich hab nicht gesagt, heute gibt es einen Tour-Talk. Ich hab gesagt, es ist oft am Mittwoch gekommen, Nachmittag. Nachmittag. Nee, nee. Naja. Aber er hat es anders erzählt. Ich hab gesagt, heute sicher, Mann. So wie du es mir gesagt hast. Ja, genau. So wie du es mir gesagt hast. Ja, genau. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt beide... Es gibt's nur eine... Es gibt's nur eine... Es gibt's nur eine... Wir können auch heute hingehen. Nee, heute kommen wir nicht hin. Ja, deshalb sind wir ja hier. Zwischen neun und zwölf waren wir gestern und haben das gefangen. Was denn? Ja, die 28 früher Samen. Kennst du hier Glumanda oder sowas? Ja, daneben gibt's noch einen kleinen Park. Ja, aber... Es kommt sie schon für häufig da, aber du brauchst halt mehr Zeit auf Bandwirt mit dieser Samenpark. Ja, weil Glumanda halt echt geliebt ist. Also Folge 3, Ostpark. Meinst du bei so einem Spielplatz dort? Genau. Ja, aber das ist... Ja, aber das ist... Ja, aber das ist nur ein Spawnpunkt von Glumanda. Den kenn ich schon. Ja, wenn du in den Park hintergehen... Die meisten Spawnpunkte sind dann nicht auf der Map. Zwar dran. Aber weiter hinten sind auch noch 6, 7 Spawnpunkte von Glumanda. Okay. Das ist scheiße. Aber sonst... Glumanda und... Nee, Glumanda. Vor dem Update kannte ich ein Glumanda-Nest. Das war da draußen in der Mentaschweige. Scheiße, scheiße. Aber das haben sie da jetzt geändert. Genauso wie Westpark die Katstadt. Ja, genau. Da haben sie jetzt ein Retter-Nest gebaut. Okay. Ja, das ist sehr von so einer Runde. Alter, das Kaffee doch bei jedem Wurf springt sie gerade. Alter, das wäre locker ein 1600er tief, glaube ich. Was denn? Hast du nicht gefangen? Was war dein... Hast du es gefangen? Ja. Aber das ist scheiße. Das ist scheiße. Habe ich doch gesagt, das ist scheiße. Aber hier ist noch ein Miraka, oder? Noch eins? Ja. Was ist los? Ja, Trattin-Ersatz. Oh, der 612 sogar. Ich setze meine ganze Hoffnung in dieses Miraka. Also Jungs, dritte Folge auspacken, oder was? Ja, Mann. Ja, ich glaube schon. Ja, aber dann... Also wie gesagt... Team Gap braucht doch Visaflor. Team Gap braucht doch Firmen. Wasser oder was weiß ich was, Pokemon. Können wir gerne machen. Ich kenne ja alle Punkte. Linsa und Visaflor eigentlich mega stark. Ja, weil fast keine Elektro- oder Pflanzen. Bei mir ist es eine Wasserstadt. Ja. Das ist eine Wasserstadt. Nein. Sind wir das? In Baden? In Baden? Ja. Ja, wie da... Ist es ein Warnaka oder sowas? Ja. Hat eh das Schweiß. Ich glaube, dass... Wenn man schon insgesamt ein Gutes ist, kannst du wegbauen. Oh mein Gott. Okay, das verhält sich als wär das so... Das ist der Kommandafrag und da hat irgendjemand reingeschickt. Ach, ist es die App, wo die Leute da rein spawnen können, wo was ist? Ne, das habe ich auch bei Facebook getrunken. Ah, okay. Und da hat das jemand gemacht. Da ist der Ostpark und es ist gleich der Park daneben. Und das soll der Glumanderpark sein. Ja, was ist jetzt? Bleiben wir hier oder gehen wir Ostpark? Tati, wann willst du gehen? Ja, jetzt? Jetzt sofort? Warte noch 10 Minuten. Kommt auf Turtok. Kommt auf Turtok. Kommt auf Turtok. Gib mal um halb. Mach mal halb. Halb so wie immer halt. Halb ist gut. Halb ist unsere Gegel. Halb ist echt gut. Vielleicht kommt der Turtok um halb fünf. Ja, aber die Runde kennst du nicht. Das ist ein Trattini hier. Das ist ein Trattini hier. Oh, echt? Also bei mir. Ja, Trattinisch? Okay. So würde ich sagen. Trattini! Ja, mach das schon. Ach, er hat das mal gewonnen. Wo ist das? Oh mein Gott, leider nicht. Oh mein Gott, da ist das. Oh mein Gott, schade. Oh mein Gott, wo ist das? 634. Boah, 579. 579? Alter. Meins hat sogar 600. Deins? 606. Ja, seins hat sogar 634. Meins hat 606 und Deins hat 634. Welches Level seid ihr? 24, 23. Hey, irgendwie glaube ich, ich habe es bereut, dass ich so schnell gelabelt habe. Die im Level 20er-Bereich kriegen so 2000er-Pokémon, wo bei mir dann 40 Buffet sind. Oh, yes. Ja und? Das muss nichts heißen, man. Was will das? Heul nicht rum, Alter. Heul echt nicht rum. Das fackt mich endab. Aber echt, ey. Das Wagonier will ich aber trotzdem mitgehen. Ja, ja. Ein bisschen Action, endlich. Trägt man ein Auto? 879. Ist das krass? Nein. 879? Ja. Was kommt dann für ein Ding raus? Ja. Oh mein Gott. Wie weit ist denn der weg, Alter? 879. Okay, Alter. Das wird... Okay, Alter. Schaut jetzt meinen Topspin an. Ganz ehrlich. Dein Daumen ist im Weg, Alter. Oh mein Gott, man schaut jetzt diesen Topspin an. Ich habe ihn. Topspin? Ich habe ihn. Oh mein Gott, er ist gejumped. Ich habe ihn. Und ich wahrscheinlich auch. Hyperball war schon mächtig. Eins. Zwei. Oh mein Gott, er ist rausgekommen. Oh mein Gott. Ich habe noch mal eine Beere zur Sicherheit. Eine Beere immer gut. Ich habe nach Abra gelernt. Alles in Folge 1 zu sehen. Alles. Das scheint auch ein 90er zu sein, oder? Oh, das gibt es nicht, Mann. Hast du angefangen? Gib mal eine, oder? Der Werte. Oh Mann, jetzt komm. Der muss jetzt auch 90 Prozent. Eins. Das kann sein. Zwei. Hey, das gibt es doch nicht, Mann. Zwei Bären und zwei Hyperbälle. Sag mal, was sagt sie bei dir? Wow. Ich bin beeindruckt. Superball. Superball. Okay, das war sogar ein klasse Wurf. Heinz. Oh mein Gott, du hast rausgekommen. Was ist da los, Timmy? Was ist da los, Timmy? Oh mein Gott, ich werfe jetzt noch einen Superball. Es kann schon sein, dass es ein Ding ist. Also 90 aufwärts, ja? Hast du ihn? Nein, Mann. Heinz. Oh mein Gott, Mann. Was ist da los? Nochmal eine Beere. Warte, zeig bitte. Ich habe ihn. Es scheint auch ein Guter zu sein. Hast du ihn auch? Ja, ich habe ihn auch. Ich habe ihn nicht. Was soll ich für dich werfen? Aber nur damit du Bescheid bist. Wenn ihr das entwickelt, kann es sein, dass es nur verdoppelt, oder? Wie war das? Wir haben doch letztens geschaut mit so einem Rechner. Ja, verdoppelt, ja. Verdoppelt, gell? Also hat er dann ein Sexes drauf, oder? Echt? Das gibt es doch nicht, Mann. Aber ich könnte ihn jetzt machen, oder? Okay, ich habe nochmal getroffen. Eins, zwei, drei. Oh mein Gott, ich habe es, Mann. Gib mal. Was ist immer noch nicht? Alter, wie Saukohlen so. Mach den, mach Hyperball. Ich habe jetzt schon fünf Hyperbälle für den benutzt. Du hast doch eh 90, also lag aber nicht. Ich geh schon mal zurück. Oh nee, da würde ich auch fassen. Warum? Es könnte auch 84er sein, oder? Nein, es ist nur 84. Eins von den beiden. Dann müssen wir das schlechte. Ja. Dann müssen wir das nicht machen. Wie das andere, das war Tartini von vorher, oder? Ja. Das Tartini von vorher war besser, ja. Da, wo du so rechtzeitig Bescheid gegeben hast? Nein, nein. Das, was wir gefangen haben. Das andere wäre wahrscheinlich noch besser gewesen, aber da waren wir leider zu spät. Das andere war scheiße, Mann. Ich habe es weggeschickt. Zeig her. Ja, ich geh auch super. Echt jetzt? Ja, natürlich. Aber das wäre drei Pupons mehr gewesen. Gell? Vier, Mann. Vier. Vier. Danke, Hong. Danke, Vasili, Alter. Hongs Quellen echt zuverlässig. Es waren vier. Fahren wir jetzt, oder was? Ja, packen wir es. Also, gell? Danke euch, gell? Ciao, viel Spaß euch noch. Macht's gut. Ja, danke. Ja, danke. Auf geht's zur nächsten Folge. Servus Jungs, hier euer dreifache Familie Daddy. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Bitte liked das Video, abonniert es uns. Kommentiert das Video, ob es euch gefallen hat oder nicht. Denkt an unsere Facebook-Seite, liked die. Schaut auch bei unseren Sponsoren vorbei. Die haben immer tolle Sachen. Und nicht vergessen, Jungs, Yu-Gi-Oh is serious business.